Fangen wir an, 3, 2, 1. Hey zusammen, da ist der Sven. Ich bin der Ratscha. Und du bist hier in einem neuen Video von uns. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es nehmen hätten. Aber in der Schweiz ist YouTube noch nicht so angekommen, wie man es vielleicht so gerne hätte. Es ist viel Geld rum, man merkt das. Sind ihr Dollarzeichen in die Augen? Nicht bei uns! Wir haben kein Geld, kein Budget. Alles das, was ihr hier vorne seht, ist finanziert, selbst finanziert. Von mir grössten Teils. Ich bin ein Schmarotzer, ich bin einfach dazukommen. Ich komme auf den Hype drauf. Weil die letzten Videos waren ja recht gut. Und ich habe gemerkt, es lohnt sich den Sven zu kennen. Darum bin ich jetzt hier. Ich lebe wie ein Klettaim. Und er zieht mich hoch. Was ist dein Lieblingsvideo auf YouTube momentan? Das würde mich jetzt noch interessieren. Jetzt, wo wir da schon von YouTube am Reden sind. Ähm... Alles geht eigentlich viel. Meistens finde ich die kurzen... Gib sie ein, sag. Ja, gib sie ein. Also... Ich gebe einfach Faceplant ein. Aber du bist so ein Nasi, Mann. Wie kann man so etwas lustig finden, Alter? Ja, jetzt wird es lustig. Es tut mir leid. Also gut, ich habe auch gelacht. Ich musste auch lachen, aber das ist ja schon... Nein, also wir haben uns gedacht, Hey, irgendwo in der Schweizer YouTube-Szene, wenn es so etwas gibt wie eine Schweizer YouTube-Szene, mangelt es ein wenig an der Kreativität, wie soll ich sagen, am Talent. Wir wollen uns natürlich jetzt nicht selber auf den Schultern klopfen und sagen, Hey, wir sind so geil. Das machen wir jetzt gleich damit. Aber wir haben uns gedacht, wie kommen wir jetzt mit dieser überaus grossen und überaus kreativ talentierten, jungen YouTube-Szene der Schweiz konkurrieren? Wir wollen gross werden auf YouTube. Wir wollen die Nummer eins werden. Da auf der Schweiz. Aber das ist auch nicht schwierig, bei fünf YouTuber in der Schweiz. Ja. Es gibt nicht so viele YouTuber hier in der Schweiz und wir haben uns jetzt mal gedacht, wir stürzen mal in das grosse worldwide YouTube-Web und gehen dann mal schauen, was die Leute so sagen über die Schweizer YouTube-Szene. Und zwar folgendes. Ihr kennt ja bestimmt die Schweizer YouTube-Szene, wobei... Kein Schwanz kennt irgendein Schweizer YouTuber. Der sieht ein wenig frustriert aus. Warum sind die so dumm? Warum sind diese Menschen so behindert? Warum machen die solche Scheiss-Videos? Was ist los mit der Menschheit? Watch out. We got a badass. Ich meine, die Schweiz ist doch sonst auch so ein kreatives Land. Aber nicht auf YouTube. Wo sind diese Menschen, die es wirklich drauf haben? Hey, good luck. Es gibt sehr viele Menschen, die Videos produzieren, deren Content einfach nur hingerotzter Dreck ist. Shots fired. Hingerotzter Dreck-Seite. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Ja. Ich habe ja noch nie auf meinem Kanal irgendein Product Placement gemacht. Nie, ja, ist klar. Für den Spezialpreis von 10 Franken. So. Der Link jetzt stimmt. Weil letztes Mal hat er es nicht gekauft. Fashion Pupa. Aber jetzt... Also ich habe jetzt den Link korrigiert, aber... Ah. Opsla. Entschuldigung. Ich habe es falsch geschrieben gehabt. Fashion Pupa. 19 Videos. Lifehacks. Die müssen wir mal übergeben. Lifehacks. Tipps zu Konkaks. Bitte hilfst mir Schlepp im Griff zu bringen. Und zwar, wie ihr schon seht, habe ich blaue Augen. Über Nacht habe ich jetzt endlich so schöne Augen wie mein Freund. Wie mein Freund? Hey! Warum? Fuck, Alter, ich kenne mich cringe. Ich schaue solche Dinge eh nicht, weisst du? Also gut, ich finde sie macht es jetzt nicht so mega, mega, mega schlecht. Ich finde die Meinung vom Sir Vlog da schon ein bisschen radikal. Warum sind diese Menschen so behindert? Warum machen die so... Ich meine, sie macht einfach Lifehacks und so Zeug. Sie macht einfach der Beauty Shit. Da haben wir noch ein Beispiel vom Der Pumpkin. Der Schwanz. Jawohl, da gibt es kreative Leute und da gibt es noch richtig coolen Content. Nee, sowas gibt es ja nicht. Die meisten Swiss Tubers einfach nur den letzten Müll produzieren. Ich werde... Der auch! Ey, der ist voll hateful. Da, die Leute ficken da auch Huren über den Swiss Meme runter. Das ist ein einziges Schlachtfeld, das Huren Schweizer YouTube hat ich gesehen. Eines Schlachtfeld. Und hier noch kurz ein Beispiel für einen Content-Deep. Zusammen, ihr kennt mich. Zeki, der hart ist. Swiss Meme, die guteste Seite. Swiss Meme ist vielleicht doch nicht so gutig, wie man denken würde. Er kopiert relativ viele Sachen aus dem Ausland. Das beste Beispiel, ich hoffe, ich finde es noch irgendwo. Er hat mal ein Meme gemacht, irgendetwas mit einem Therapeuten. Therapeute. Und dann ist gestanden... Therapist, Alter! Therapist, Zeki! Fuck, Mann! Du kopierst irgendwelche Scheisse und bist niemals fähig, korrekt vom Englischen ins Schweizerdeutsche zu übersetzen. Therapist, Alter! Das heisst nicht der Rapist. Man muss ihm halt anmerken, dass er wirklich jeden Tag Content produziert. Aber ja, es ist halt einfach irgendwie eine Cloud. Jeder tut sich doch künstlerisch irgendwo inspirieren. Ja klar, er tut sich aber zu fest inspirieren. Aber er kopiert es einfach, oder? Ja. Ich meine, wir haben uns auch inspirieren lassen, designmässig jetzt weniger inhaltlich, aber designmässig haben wir uns auch inspirieren lassen von einer Sendung aus dem englischsprachigen Raum. Wenn ihr es herausfindet, dann kriegt ihr ein gutes von mir. Aber wir haben nicht Cloud, Mann! Wir haben nicht Cloud! Wir gehen gleich dahin und machen gleich irgendwelche Scheisse. Aber das ist gut. Wir versuchen jetzt Farbpalette etwas grösser zu machen in dieser Szene. Das ist ja gut, das. Sehr schöner Ausdruck. Wir werden uns da Mühe geben, möglichst die Sachen an zu liefern, die ihr sehen wollt und auch die Sachen, die ihr nicht sehen wollt. Das ist uns dann eigentlich ziemlich scheissegal. Aber hey! Wenn ihr unseren Kanal folgt, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass wir immer Content machen, was irgendwo aus unseren kranken Köpfen entsprungen ist. Also in diesem Video haben wir heute noch etwas geplant. Wir wissen tatsächlich noch nicht genau, was wir jetzt schnell gehen. Brainstormen, also einen Gehirnsturm nennt man das. Jetzt könnt ihr natürlich auch mit uns dabei sein, wie wir Gehirnstürmen. Kommen wir bitte schnell mit. Wir gehen jetzt Gehirnstürmen. Also, da sind wir wieder. Ah, jetzt haben wir die Kamera. Ja. Ratsch, lass mir dir kurz erklären, was ich da für... Du nicht so genervt, Mann! Wir müssen auf YouTube in der Schweiz die Nummer 1 werden. Wie schaffen wir das? Komm, mach, sag! Was haltest du von Beauty Tutorials? Hallo zusammen! Ich bin Tatjana. Und ich bin die Cindy. Du schaust ein Beauty Tutorial. Nämlich, wie man den wunderbaren Make-up-Look bekommt. Her bekommt im Face. Was wir heute gebraucht haben, ist eine sehr innovative Methode. Nämlich haben wir Whiteboard-Marker-Make-up gemacht. Heute erst nehmen wir den schwarzen Whiteboard-Marker. Und wir ziehen hier einen Eyeliner. Du, zwei! Sorry! Ich weiss nicht genau, was es da alles drin hat. Aber lieber schauen, dass das Zeug nicht in die Augen kommt. Und da steht zwar Alkohol. Es brennt ein wenig in den Augen, aber es ist... Das ist egal! Das geht vorbei. Das tötet nur alle Bakterien ab. Die Nase ein wenig konturieren, oder? Dass man die Nase auch ein wenig sieht. Die ist stupst dran. Cindy hat da sehr schöne Bettchen. Darum müssen wir die auch highlighten. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Ja, da könnt ihr grosszügig drauf tun. Und dann könnt ihr noch eine Spielerei erlauben. Ich bin eine unabhängige und junge Frau. Kauft doch Whiteboard-Marker von Office-Marshall. Das ist kein Product-Placement. Es sind einfach gute Stifte. Wir brauchen nicht das Geld, aber wir wollen es. Tschüss! Für das sind wir, glaube ich, eher zu hässlich. Ah ja, easy. Gut, was haltest du von irgendwelchen Challenges? Jetzt alle zusammen! Wir machen wieder den Cinnamon-Challenge, weil es sie noch nie jemand gemacht hat im Internet. Also, wir machen das mit den Esslöffeln, weil wir keine verdammte Pussis sind. Tschüss! Ratschen, ratschen! Weee! Ah, Alter! Oh, oh, oh! Oh, oh! Du musst mit der Nase atmen, wenn du das nimmst. Ja. Ja. Das war so ein lustiger Challenges. Mein Gott, zum Glück hat das noch nie jemand gemacht. Ja, ist es so fanden, ohne etwas zu machen. Okay, cool! Eben! Oh, Eben! 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 Hau ab, mit den Pfüten. Ich wüsste sie zu. Verdammt den weg! Wah! Wah! Wir sind ja nicht, äh, mentally retards. Äh, pranks! Es ist ein Prank, Bro! Es ist ein Prank, Bro! Es ist ein Prank! Beschissene Idee. Ich könnte auch in die Presse schlafen und einfach sagen Es ist ein Prank, Bro! Oder irgendwie ein Sketch? Also meinst du Sketches, die Swiss-Meme kreativ sind? Denn Sketches klingt schon gut. Wir müssen einfach etwas überlegen. Weisst du, wie bekannt werden wir unter den 13 Jahren? Sorry. Ich bin keine Jungfrau mehr. Es ist nicht einfach, originell zu sein, Mann! Ja, hey, komm! Es ist nicht einfach. Nein, es ist wirklich nicht einfach. Aber das schaffen wir schon. Wir ziehen einfach unser eigenes Ding durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.